Der Pinta-Turm Der Pinta-Turm ist eine reizvolle und geheimnisvolle Felsensiegelung. Er liegt im Tal der Erinnerungen, einer Gegend, in der zahlreiche Höhen zu finden sind, einige davon sind natürlichen Ursprungs, die meisten aber wurden von den Menschenhand geschaffen. Und hier wurde nun Anfang des 16. Jahrhunderts die gleichnamige bewährte Maseria Torre Pinta gebaut. Wahrscheinlich diente diese alte Felsenhöhle von Torre Pinta in der Vergangenheit tatsächlich als Taubenturm. Der Pinta-Turm ist eine sehr suggestive Szenerie, die an Zeiten erinnert, in denen die Ländereien Otrantos zum Traubenanbau und zur Weide degradiert waren. Ein Ort voller erdiger Gerüche, der von den durchaus kühlen Brise der Levante Wins abgekühlt wird. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017